Gedrückte Stimmung bei den Matryoshkas. In Zeiten der Wirtschaftskrise gibt es auch für die traditionellen russischen Puppen nicht viel zu lachen. Diese Fabrik in Seminov, östlich von Moskau, ist die größte in ganz Russland. Antonia Cherchitschewa liebt die Arbeit an den Puppen. Doch ihr Lohn ist drastisch geschrumpft und sie muss einen Kredit abzahlen. Jeden Rubel dreht sie dreimal um. Obst ist sehr teuer, davon kaufen wir jetzt weniger. Fleisch gibt es gar nicht mehr. Wir essen nur noch das, was in unserem Garten wächst. Noch vor wenigen Monaten verdienten die Arbeiterinnen umgerechnet knapp 200 Euro im Monat. Jetzt sind es nur noch an die 70. Der Absatz der Holzpuppen ist um ein Fünftel eingebrochen. Wir haben unsere Produktion entsprechend heruntergefahren. Wir entlassen niemanden, aber wir verkürzen die Arbeitszeit. Wir haben mit den Arbeitern die Viertagewoche vereinbart. Manchmal arbeitet die Belegschaft sogar weniger als vier Tage, je nach Auftragslage. Valentina Makarowa ist seit 40 Jahren im Betrieb. An eine solche Krise kann sie sich nicht erinnern. Nicht einmal der Einbruch in den 90er Jahren war vergleichbar. Das ist ein schwieriger Moment. Am Ende des Kommunismus wurden wir nicht rechtzeitig bezahlt, aber wir wussten, dass wir unseren Lohn bekommen würden. Und jetzt arbeiten wir einen Tag und an den zwei darauffolgenden machen wir nichts. Die kleinen Holzpuppen erhalten das Städtchen Semyonov am Leben. Die Fabrik mit ihren tausend Arbeitern und Angestellten ist der Hauptarbeitgeber. Müsste sie dicht machen, wäre das für die Menschen hier eine Katastrophe. Bis zur nächstgrößeren Stadt, Nischninovgorod, dauert es mit dem Auto anderthalb Stunden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017